Felicet oder die Odyssee im Weltraum. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges waren die Supermächte besessen davon, in den Weltraum zu fliegen. Beim Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion umkreiste als eine von vielen Tierastronauten 1957 die Hündin Laika die Erde, mehr von ihr später. Das Bedürfnis, Grenzen zu überschreiten, war ansteckend und veranlasste auch andere Länder, sich an diesem Wettlauf zu beteiligen. An vorderster Front stand hierbei Frankreich mit dem drittältesten institutionellen Raumfahrtprogramm der Geschichte. Das Centre National de Té Spadial, CNES, wurde im Dezember 1961 gegründet und verfügt heute über das größte nationale Budget für zivile Raumfahrt nach der NASA. Damals, in den Anfängen, wollte man eine Katze dorthin schicken, wo noch nie zuvor eine Katze gewesen war. Die Bilanz von Tiereinsätzen im All war gemischt. Fruchtfliegen, die im Februar 1947 in einer Rakete gestartet waren, kehrten mit einem Fallschirm sicher zurück, nachdem sie eine Höhe von 110 Kilometern erreicht hatten. Aber Experimente mit Affen endeten katastrophal. Albert, der erste Rhesus-Affe, der an den Start ging, erstickte, bevor die Rakete Weltraumhöhe erreicht hatte. Sein Nachfolger, Albert II., kam zwar bis zu einer Höhe von 133 Kilometern, überlebte aber bei der Rückkehr auf die Erde den Aufprall der Kapsel nicht. Und Albert IV. starb, weil sie sein Fallschirm nicht öffnete. Auch der Tod der ersten Maus im Weltraum ist auf einen Defekt des Fallschirms zurückzuführen. Bei Hunden ist die Bilanz, wie wir später sehen werden, ähnlich düster. Es stand also nicht gut für die Katze. Felicet war eine von 14 Katzen aus einer Pariser Tierhandlung, die auf die Aufgabe vorbereitet wurden. Man hatte sie nach ihrem Temperament ausgesucht. Allesamt Weibchen, die als gelassener gelten als Kater. Damit die Wissenschaftler keine emotionale Beziehung zu ihnen aufbauten, gab man ihnen vor dem Start keinen Namen. Felicet, nüchtern C341 genannt, wurde schließlich ausgewählt. Sei es, weil sie die Sanftmütigste war. Sei es, weil sie nicht wie die anderen zugenommen hatte. Am 18. Oktober 1963 startete C341 in einer Rakete von der Sahara aus und erreichte eine Gipfelhöhe von 157 Kilometern. Sie durchlief das gesamte, für die Katzen vorgesehene Experiment. G-Kräfte, während sie mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit aufstieg, sowie einen Punkt der Schwerelosigkeit, fünf Minuten. Dann, nach acht Minuten und 55 Sekunden, löste sich die Landekapsel von der Rakete und ein Fallschirm brachte sie zurück zur Erde. 13 Minuten nach dem Start konnte sie wohlauf mit einem Hubschrauber geborgen werden. Nach dem Flug tauften sie die Medien nach der bekannten Cartoon-Katze Felix, lateinisch für glücklich. Aber die Mitarbeiter des Forschungsteams fanden, die weibliche Form sei passender und so wurde daraus Felicet. Vor ihr hatte Frankreich nur Ratten in den Weltraum geschossen. Jetzt gab es etwas, das man fangen konnte und das auf jeden Fall für mehr Medieninteresse an der Raumfahrt sorgte. Doch Felicets Leben war kurz. Nur wenige Monate nach ihrem Raumflug wurde sie eingeschläfert, damit Wissenschaftler ihr Gehirn und ihren Körper auf mögliche Auswirkungen des Fluges ins All untersuchen konnten. Es dauerte lange, bis ihr Beitrag, den sie zur Hebung von Frankreichs Status beim Wettlauf ins All geleistet hatte, anerkannt wurde. 1992 widmete der Inselstaat Comoren, eine ehemalige französische Kolonie, ihr eine Briefmarke im Rahmen eines Sets zu Ehren von Tieren im All. 2017, ungefähr 45 Jahre nach ihrem abenteuerlichen Weltraumflug, wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um ein Denkmal für sie zu errichten. Und tatsächlich wurde zwei Jahre später, 2019, eine Bronzestatue von Felicet an der International Space University in Ilkirch, Grafenstaaten, Frankreich enthüllt. Die erste und einzige Estro-Cat, Felicet, hockt nun auf einer Erdkugel und blickt nach oben in den Himmel, den sie einst bereiste. Es war vielleicht ein kleiner Schritt für eine Katze, aber ein riesiger Schritt für die Katzenwelt.